Und es geht weiter und Rika wusste nicht mal, dass ich das Video starte. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesmal anders, ob ich mich diesmal besser anstelle als in der letzten Runde. Und wir spielen wieder zusammen mit dem Team. Ist ja unschön, wenn du ständig die T-Shirts wechseln musst. Jedes Schlüpfelchen. Das hat Rika jetzt gemacht, den Gag. Es ist mir auch mega unangenehm. Du hörst nur noch Nussnup im Hintergrund lachen. Es ist mir auch mega unangenehm, es tut mir leid. Ab wann wollen wir dem Team eigentlich einen Namen geben? Ich bin nicht in der Gruppe, ich bin nicht im Team. Ja. Ja. Ich habe es dir schon erzählt. Ja. Naja, theoretisch ist das, wenn ich dann Zeit habe, jetzt schon möglich. Jetzt schon möglich, aber... Ich glaube, das wird dein Einstellungstest. Das Flo, das schreibt. Aber Flo schreibt, kann mich gar nicht anschreiben, der hat gar nicht meine Nummer. Du musst aber einfach... Ja, aber ich bin ja nicht in der Gruppe. Stimmt, daher hat sie deine Nummer nicht. Zum Testen müsste Flo meine Nummer, mich privat anschreiben. Ich müsste dann an dem Tag reagieren. Nee, du müsstest einfach, wenn irgendjemand sagt, Rika, lass uns mit Veloid spielen. Nee, 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 dem Flo muss das sagen. Und erst dann reagiere ich. Ich hasse... Ja, super. Dann schreib ich das Montagsmittag zum Elfo, wo ich auf Arbeit sitze. Super. Ja, du bist ja irre. Ich bleib mal noch bei Sova, aber ich werde demnächst Joho üben. Warte mal wieder auf Rika. Tschüss. Ich mach aber jetzt mal die zweite Cam aus. Willst du nicht gefilmt werden? Nö, ich kann... Ich kann auch Multi machen. Bitte was? Nee, sie wollte Waze nicht. Ich hab Waze, komm ich mit den Sondersachen überhaupt nicht klar. Weil es mit Phoenix besser läuft. Ja. Du hättest zum Beispiel in diesen engen Gang, wo die durch mussten, da hättest du zum Beispiel deine Feuergranate mal reinwerfen können. Ja, aber ich hab ja schon einmal die Feuerballen, dann... Ja, aber dann wirft man das auch nochmal, ist doch scheißegal. Schaden ist Schaden verursacht. Ja, aber ich hab immer manchmal nur für eins Geld, also das oder das. Ich hab dann... Und das mit X, das war mein Fail. Dass ich das, nachdem ich das... Alles gerade, Anna. Boah, schon wieder so eine Labertasche. Bepp, 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 bepp. Anna... Du machst... Warum bist du denn so unsympathisch? Mach gefunden. Rausgeflogen. Nee, Breach ist scheiße. Finde ich nicht. Ich find die voll kacke. Flo, da sieht man, dass du keine Ahnung hast. Um es dir zu erklären, wir haben innerhalb von einer Sekunde hat jeder seinen Charakter bestätigt. Das ist für den Gegner, wenn sofort Leute wissen, welchen Charakter sie nehmen, schon sehr demotivierend, weil dann können die den ja wohl sehr gut. Das könnten die anderen gerade denken, weil wir innerhalb einer Sekunde alle unsere Charaktere ausgewählt hatten. Dann denken die jetzt was? Wir könnten unsere Charaktere perfekt. Und sind ein eingespieltes Power-Team. Wieso sehe ich das nicht? Äh, Erik, ist das ein Schlaganfall? Ja. Dieser Bogen hat schon Mensch und Tier erlegt. Macht für mich kein Trudor. Haha, ich voll schaue. Wuuu. Scheiße, was sind wir denn? Wir sind Verteidiger. Das heißt das mit A? Oder was? Stimmt, normalerweise bin ich auf B. Naja, jetzt bleib ich hier. Äh, ich hab getrunken. Ich hab ein Alkoholproblem. Das weiß ich schon seit vier Jahren. Ich scanne voraus. Hab sie gefunden. Zwei bei A. Zwei. Neutralisiert. Ich bin tot. Neon tot. Spike in A. Spike bei A gesichtet. Es tut mir leid, dass wir unsere Differenzen nicht mehr haben. Anna, du hast mir nicht gesagt, dass du gestorben bist. Ich bin ziemlich zufrieden mit dir. Echt, das hab ich nicht gehört. Könnt ihr mich halten? Diesmal richtig. Flo, ich hab gesehen, dass du gegen die Wand gelaufen bist. Ich muss ihre Rainer aufhalten. Decke Gebiet auf. Da sind sie. A, einer. Gegner bei B gesichtet. Ah. Neon tot. Äh, Neon nicht tot. Ja. Spike in B. Ich seh, da ist nicht los. Durch das Tor. Ratsch, wir haben dich. Bleib bei sowas stehen. Ich werbe den nun. Sie wollen einen Kamm. Sie wollen einen Kamm. Sie wollen einen Kamm. Sie wollen einen Kamm bekommen. So weit kommt die doch nicht. Doch. Sicher? Ja. Ich dachte, die liegt ja nicht so weit. Also, die kommt halt nicht so weit. Bin dabei. Bin dabei. Verlass dich auf mich, Alter. Neon hat 9.30. Laufen. Nicht an die Zier. Achso. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin bei Anna. Ich heile dich. Schleich. Ich hab mich verdrückt. Oh. Schleich platziert. Lade nach. Ja, ich bin tot. Ich bin geradeaus. Ja, aber du musst schon. Letzter Leben der Verbündeter. Wenn du, wenn die dich gesehen haben und auf dich geschossen haben, geh woanders hin. Okay. Bleib nicht da, damit die dich nicht... Bleib angespannt wie eine Bogensehne. Das braucht ihr für den Kampf. Ich hab Havp bei gemacht. Ja, dann mach mal nix. Dann pass mal auf, wie der Boss sowas macht. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ein Gegner gebruch. Oh, wie. Oh, wie. Keine Ladungen mehr. Ich scanne voraus. Gegner in der Mitte. Gegner bei B-Gesicht hier. Sparsam. Noch weniger und ich hätte nur ne Flasche Scratch dabei. Warte. Das ist doch irre. Fühlt sich an, als würden wir das schon eh nicht machen, oder? Hm. Geht von mir so. Ich geh wieder da vorne an die Ecke, ne? Dann hör ich's wieder. Brechen wir auf! Hey! Ich bin echt angepisst! Gegner in der Mitte. Ah, war in der Mitte. Geht in Deckung! Spike platziert! Letzt erleben der Verbündeter. Ah, fuck! Decke Gebiet auf! Da sind sie! Oh, shit! Entschuldigung! Ah, fuck! Das genau! Vielleicht lernt ihr was. Ich hol mir aber ein Schild. Viel Glück, meine Freunde. Stellt euch eure Angst! Na bitte ich! Geh wieder hinten rum. Oh, Neon hat mich gesehen. Am Boden. Letzter neben der Verbündeter. Bitte? Sind noch bitte? In der Mitte. Ja, ich nehm's. Wenn mein Sonarpeil trifft, seht ihr sie laufen. Dann schlagen wir zu. Dann lasst uns doch irgendwie Mitte stärker und ich bleib alleine auf A oder so. Äh, auf B. Und ich zieh mich zurück, so weit zu kommen. Äh, ich nehm die andere Tür, Anna. Ja, ich nehm die andere Tür, Anna. Komm zu dir, Anna. Und da sind sie jetzt. Ja, 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 ja. Einer weniger. Ein Gegner übrig. Und drei. Ich bin ganz zappelig. Fangen wir an. Brauche Ausrüstung. Danke. Rika, du musst schneller kaufen. Ich bin schon ein Stück vorgegangen, hast du gesehen. Du hast nur die Pistole. Ja. Ich hab, äh, was festgestellt. Gebt alles. Ein bisschen, ja. Tatsächlich. Hier Steps. Gegner bei A. Ah, fuck it. Waze, 150. Eltern am Boden. Gegner bei A gerichtet. Wir kommen dir jetzt nicht zu mir, verdammte Scheiße. Sie sind sowas von to- Ah, scheiße. Todbar. Letzter Leben der Verbündeter. Da war was. Du bist noch nicht fertig. Steig platziert. Letzter Leben der Verbündeter. Flo, du hast, Flo, du hast eben auch einen Ping von 110. Das ist alles okay. Eine Kugel pro Gegner sollte reichen, nicht wahr? Ja, Pistolenrunde. Ja. Äh, willst du was von mir? Soll ich dir was kaufen? Wie mach ich das? Nee, kauf für dich selber erst mal. Hab ich schon. Ja, eben. Halfball bedeutet eine kleine Waffe. Ja, aber ich bin mit dir grad ganz gut. Ganz sehr gut. Auf geht's. Deswegen sagte ich ja, wenn ihr was habt, würde ich was. Gegner in der Mitte. Hey! Ich bin echt angepisst! Wo seid die denn? Letzter Leben der Verbündeter. Anna hat mit mir geredet. Spike platziert. Diese Fremden wollen mich wohl umbringen. Na, wir. Ich mach trotzdem noch Halfball. Ja, willst du was? Nein! Gar nicht! Kaufe dich! Wenn du nur Pistole spielst, dann spiel die Sheriff. Ich hatte nur ne Pistole gekauft. Äh, ich hab auch Ulti. Tief durchateln! Ich geh wieder so rausgucken. Komm rum. Spike ist bei A. Gegner bei A. Ach, scheiße. Sorry. Teleport ist defekt. Welche Gebiete aus? Ich bin erneut siegreich. Gegner bei A. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner über uns. Und drei. Ein Geschenk. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Teleport bereit. Bleib bei meinem Stimpack. Dann machen wir sie platt. Oben bedeutet hier der Gang, oder was? Ist das da oben? Da? Okay. Okay. Ich bin jetzt mal mit bei oben. Eric B. Bleibt jetzt mal kurz bei mir. Verlass dich auf mich, Alter. Wechsel aber dann. Decke Gebiet auf. Spike in A. Gegner bei A. Spike bei A gesichtet. Ja, ja. Ich habe sie. Da. Da, wo du gerade bockst. Drin. Das war die Neon. Ich mache das bestimmt nicht sauber. Letzte Runde vor dem Wechsel. Geht alles aus. Geiz ist so unattraktiv. Die ist hier bei der Mitte, ne? Immer kommt die raus. Soll ich oben Mitte gucken? Ja, ich bin hier. Dann müsste ich am Gang gucken. Ihr wisst, was zu tun ist. Rauch im Anmarsch. Decke Gebiet auf. Ja, ich habe sie gefunden. Hab sie gefunden. Ja, Neon kommt. Wie hat die das gemacht? Da oben, in dem Raum. Da oben. Letzter lebender Verbündeter. Du hast links gesagt. Kleid wechselt. All ihre Radiance zusammen. A pushen. Oder B. Ja, Anna. Dann gehe ich A. Gott, diese Jamaika-Musik. Ich höre keine Musik. Woher hätt ihr denn jetzt Musik? Da, wo wir gerade sind. Achso. Achso, verzerrt. Also raufstürmen und ballern. Okay. Achso. Das hast du nicht gesagt. Also nicht schleichen, sondern rennen. Da kommt was, Flo. Da ist was. Machst du die Mauer? Den kannst du ja noch nicht. Ich heile dich. Spike in A. Näher und hinten. Da bin ich auch. übrig. Bleib platziert. Letzter lebender Verbündeter. Okay, die hat ja einen Aim gehabt. Anna, wäre ich diese Mauer bei Double Door sinnvoller gewesen? Wenn wir schon wissen, dass Neon pusht. Nichts. Keine Ladungen mehr. Auf geht's! Da ist was! Ah, bei mir. Ich bin tot. Ah, Mitte, Mitte. Kommt zwei. ... ... ... ... Ja Jetzt weiß ich wo mein Problem ist Na? Ich höre nur einseitig Wieso hörst du nur einseitig? Links Das stimmt Jetzt check ich das erst Geht mir bei an Letzter lebender Verbündeter Hört mal, keine Zeit für Pausen Es geht noch Arbeit Ja, dann muss ich gucken woran es liegt Ich würde Vollpush B machen, oder? Wir wissen jetzt wo mein Problem ist mit dem Hören Ich höre nur einseitig Auf den Kopfhörern Wir wissen aber noch nicht woran das liegt Los! Auf ins Unbekannte! Okay Rauch ist raus! Decke Gebiet auf! Hab sie gefunden! Grace hinter dir! Genau da Rika Ich bin tot Lade nach! Letzter lebender Verbündeter Spike in B Denk dran, nicht ins Feuer gehen Total die komplizierte Taktik Vergesst das nicht, ja? Pistel Sie sind sowas von tot! Sie sind sowas von tot! Bin bei dir, Eric Rauch ist raus! Rauch ist raus! Lass den Himmel leuchten! Ich hatte so viel Spaß! Jo, bitte kommt Außenrum oder innen? Ich scanne voraus. Gegner bei B gesichtet. Lade nach. Noch 30 Sekunden. Lade nach. Gegner bei B gesichtet. Letzter Leben der Verwunder. Scheiß positioniert. Ich habe fast nichts gehört und ich wusste nicht, wo ich drehen soll. Ich habe es jetzt wieder hoch, glaube ich. Aber ich höre trotzdem die nur einseitig. Komplett so tut. Also das Spiel höre ich. Entschuldigung. Sondern sie versuchen mich zu überwältigen. Ne, ich höre auf dem... Sie hört wirklich nur einseitig gerade. Ich habe das Jens in meinen Kopfhörer gegeben. Weil mir das gerade jetzt mal aufgefallen ist. Auf der Seite, wo ich das Hörgerät nicht drin habe. Höre ich. Super, ne? Ja. Wohin? Äh, ich kann... Äh... Ja, ich kann voll kaufen. Ich bin bei Anna und Jens. Geht in Deckung! Du bist noch nicht fertig. Äh, Waze hat mit Ult die... Pushpit. Die ist weg. Ich habe sie. Die Jagd beginnt. Mauer errichtet. Du bist noch nicht fertig. Vielen Dank. Danke, Anna. Lade nach. Ach scheiß, von hinten. Denke Gebiet aus! Stellt euch eure Angst! Da! Sieht's! Ein Gegner übrig! Vom Spawn kommt, ne? Unsern! Letzter Leben der Verbündeten! Eure Taktik ist gescheitert! Sobald meine Rauchwolken dem Gegner die Sicht versperren, laufen wir los! Jo! 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 Ich bin hinter Anna! Und los geht's! Geh mal hoch! Bestleistung! Eure und aus! Dick! Ah, fuck! Du dich aus! Ein Gegner übrig hier! Komm schon, los! Mauer errichtet! Das war jetzt ein bisschen vergeudelt! Oh! Bam, ich bin tot! Entschuldigen, aber leider sind sie tot! Gegner in der Nähe! Augen auf! Rika, gegen einen bringt das nichts! Okay! Das machst du, wenn du weißt, wo viele Leute sind. Dann rennst du da quasi dumm rein. Dann rennen wir A! Sie suchen und lernt! Rauch im Anmarsch! Ich scanne voraus! Da haben sie geputzt! Die Ecke noch! Hey! Ich bin echt angepisst! Unser Spike trägt als Tod! Spike in Arsch! Ja! Jetzt erleben der Verbündeter! Makellos! Wir dachten, hinten wäre safe! Waffen sind so viel, sagend, oder? Die Waffe, die du wählst, fährt viel über dich! Und dann hat sie schon alle gehabt! Und dann hat sie schon alle gehabt! Ja! Aus allen Rohren! Ich scanne voraus! A? 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 Bine tot! Ich push auch auf! Du bist noch nicht fertig! ich bin der jäger oben auf der brücke sage bei aufgang oben dem gang verteidigen bedeutet dann dass wir quasi nicht raus gucken wo die gegner sind bei dir müssen die bombe ja entschärfen können wir agieren zielen und abdrücken ganz simpel ich sehe keine texte von denen ich habe fullball gemacht noch mal auf b auf verzeihung hier und g dann machen wir b ja auch im anmarsch schleichen kürtig kürtig ich würde sagen nochmal ich würde sagen nochmal kürtig 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 Du kannst sie gleich mit mir aber noch warten. Rauch ist raus! Ich heile dich. Ich habe sie gesehen von oben. Ich habe sie vorhin umgesehen, ich hatte sie auch im Visier, aber ich habe nicht genau genug gezielt. Na ich hatte gerade in den Gang reingeguckt. Ich starte mal ein neues Video. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es noch mal weiter und diesmal haben wir vielleicht hoffentlich mehr Glück und können uns besser koordinieren. Das war das erste Spiel von dreien. Wo wir mal verloren haben jetzt. Aber du musst dich ein bisschen besser koordinieren. Doch du bleibst manchmal noch sehr weit hinten stehen. Ich komme nicht hinterher, wenn ihr den plötzlich wechselt. Ja, aber du kannst auf den Spot zum Beispiel deine Flammen werfen, deine Granaten oder du hast auch Blendgranaten, die man verwenden kann. Oder dein Tor, wenn du hinter uns zumachst zum Beispiel. Und wenn ich es dann zumach, heißt es immer, es war falsch. Wenn du das vor uns zumachst und wir da durchrennen müssen, um uns wehzutun, ist es doof. Wenn du es hinter uns zumachst, ist es okay. Also du musst nur ein bisschen mehr trauen, dich die zu verwenden, auch wenn du sie anfänglich vielleicht noch doof verwendest. So lernt man das ja. Mhm. Aber das schauen wir dann in der nächsten Folge an.